Langgezogen, 2 zu 0 für Kaiserslautern. Da ist er wieder, der Terence Boyd. Sein siebtes Tor für den FCK. Er ist eine Maschine, den Strafraum hat sein Trainer dieser Tage gesagt. Vor der West, er zielt. Und jetzt der Standard, wieder mal ein ruhender Ball. Da haben sie Qualität. Nicht zuletzt, weil sie einen wunderlich haben. Wunderlich, ein Tor, ein Assist.